So, hallo Leute! Hallo! Hey, der Tobi und ich spielen hier ein bisschen kippig, glaube ich. Wir sind hier gerade in den Server reingegangen. Ja, und, äh, ja, Welle 7, ne? Die ganze Prickel. Aber machen wir's nicht. Ich baue unbedingt Geld. Boah, die Map ist ja dunkel. Ja, ich weiß. Ich baue Sau dringend Geld. Da hab ich einmal drauf gewonnen schon. Du. Ich glaube ich noch nicht, die Viertel bestimmt noch. Verrüstung, du ja nicht. Ich kann mir gar nicht kaufen mit dem Geld, vielleicht meine. Vielleicht. Vielleicht. So, ihr kommt alle von der Woche über Kringel. So, Pau, ich hab die Handling-Shot dann erstmal mehr. Ich hab erstmal zwei Schrift und dann muss ich auch die AR-12 fahren und dann passt das. Der TS regt mich langsam auf. Haha. Ich hab mich immer noch drin. Kann man sich irgendwie aufs Dach stellen? Äh, ich weiß. Auf irgendein Gebäude kommst du drauf, aber ich bin mir nicht sicher, welch auf welches. Ja, aber das hier würde ich mir vorstellen. Wow. Ja, und da. Schön, die Kugel verschwindet. Was? Jetzt ist der Kopf weg. Alter, ich muss hier nachts, wenn ich das Spiel gemacht hab, erstmal gucken, was mit dem Scheiß der ist. Warum die nicht immer dreimal mehr oder doppelt am besten? Dann dreimal oder doppelt am besten? Weitest. Gleichbar. Warum ist der Sau auf mich? Ich hab die doch das einmal angefangen. Aua, aua, block mich nicht. Wer blockt mich da? Wow, da nehmen wir es ja noch was. Woaaaw. Wie weg, mein Gott. Ich sterbe euch. Ich glaube, wir sollten uns da verletzen. Ja, ich hab da gewonnen, wo wir uns so eine Faust verschanzt haben hier gekloppt. Weißt du? Hm. Und äh, aus ein Seiten haben wir ausgeballert und jetzt... Hier ist ja jetzt so wenig Sinn. vielleicht weiß es müssen wo sie geht zum haus wo ist es doch oh mein gott das ist doch deine freunde nicht wenn ich keinen wert ich habe voll zwei mal regeballert ich sehe es das scheiße reden hat er meine ganzen luk kaputt gemacht aber ist das scheiße gerade so die sirene ist tot, wieso konnte die noch schreien, das ist da voll cool ganz cool ich hab nicht mehr schreien können denn, ich hab die voll weggeballert wie kann die ihm zu schreien? oh mein gott, wo ist die andere? die reden, nervt mich gut in Runde 7 einzustellen, die scheiß du mich nicht du brauchst ja nicht, okay oh gott, irgendwas haut auf mich ein oder ich will es nicht gucken, weil ich auf das Weltraum möchte was ist das für ein scheiß Team crawler ja okay, nicht mal bedingt, vielleicht tut ich seh nämlich nicht wow die schwiecher haben die ganze Zeit auf mich eingehauen, glaube ich wurde auf das Weltraum geballert ja wie sagst du die mich gekillt? die musst du killen ich muss gar nicht sterben, muss ich du hast die Waffe dafür die woher woher ... der hat der das zusammen der ein bisschen ob ich meine ich habe ich das Geld weiß ich noch nicht, ich muss erst mal meine meine Schrot verkaufen oh jetzt brauche ich bloß noch Geld für Money und alles und ne Rüstung komm mal, jemand kippt mich raus viel Geld weiß ich nicht, nicht genug für Rüstung bis jetzt komm mal, gib mir ein verdammtes Geld jetzt habe ich genug ja, der muss da herkommen ich gebe den anderen noch kurz ja, äh schön, dass dieser... das ist natürlich auch so durch die Tür scheiße, da kam noch einer wieso sollen wir hier eine Waffe droppen, du kannst sie die kaufen selber ich glaube, das ist eine Scheiße, die hier dritte stehen oh Gott, hier ist ganz mies jetzt müssen wir uns einfach mal entscheiden, wo wir hinterholen genau schön, dass die anderen dir nicht folgen da ist ein Flashbaut, ne? ja, oh 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 man kann nicht so reden na ganz und gar nicht feier mich Mann, mach dich doch mal tot ja, ich hatte keine Munition mehr, ich musste nachladen mit mir selber ein, ich war nur bei 50% oder 15% guck, die Map ist echt scheiße die Map ist echt scheiße ich hab keine ordentliche Position doch, ist im Haus auuuu oh mein Gott, riesig wir sind zwar am Arsch ich versuche doch nicht, Greggs zu killen ich hab nichts mehr gesehen zum Schluss, ey ey, wie schafft er denn so mit, immer als was zu frabbeln? krass ne, wir hätten uns oben auf das Gebäude, wenn ich wüsste, will weg, dann hier laufen aber ne, wir hätten uns oben auf das Gebäude, wenn ich wüsste, will weg, dann hier laufen aber ja, aber irgendein Auto oder so, glaube ich irgendein Auto? ja, du musst auf dem Auto rufen, dann hoch nein, du kannst ja durch die Tür durchgehen und hochgehen du musst nicht auf dem Auto rufen so, ich stehe jetzt erstmal was um und dann ne mit dem TS nervt mich aber saue hm du tue auch nochmal raus und rein, da so lange mal ja, raus und rein geht, ja so TS ist immer noch scheiße, aber dafür geht das Spiel weiter ja war nicht die Scheiße Alter, hoffentlich hab ich mal die ganzen Kack, die im Video weißt du, die nicht oben zu lassen? nö ich weiß nicht will nicht mehr mit dem machen du bist medisch, siehst du doch oh, wirklich, gleich bin ich Null Support Specialist ne ne ey, ich hatte zwei Level 0 Typen bei hart drin ne ey wow Ich dachte, die wollten mich verarschen. Ich wollte nicht das meinen. Du kommst da schön als Firebug rein, als dein schönes Level 4, weißt du, und dann sind da zwei Typen, die Level 0 haben drin. Und der dritte von denen war Level 1. Super. Okay, man kommt hier anscheinend durch die Bäume durch. Ich wollte es sagen nicht. Hier auf dem Bunker am besten. Ich werde mich dabei. Ich glaube, ich werde nicht so viel aufnehmen. Ich werde vielleicht noch ein Match in der aufnehmen, und dann erstmal gucken, ob das Scheißding irgendwann besser wird. Bei so etwas ist das Scheiß. So. Ich glaube, der eine Typ rennt wieder ganz klein rum. Handcannon bekommen. Voll. Triff mal was. Wow, du ernsthaft nicht. Ich wollte was anderes außer Medic machen, wenn du mich triffst, also. Die gibt sich irgendwie so was wie LFD-Wood einfach nur in Space. Okay, ich komme das irgendwann noch mit dem Patch, so eine M60 oder so. Wow. Das wäre irgendwie lustig. Ich habe mich. Wieso nicht? Wieso nicht? Wow, aber der ist voruntergeknallt denn hier. Der Bunker hier macht sie... Das ist doch deine Granate, oder? Ja. Der Bunker hier am besten. Scheiße, wenn wir große die hochhauen. Nö. Geht. Scheiße, wenn ich keine Support-Specials bin. Also, wenn ich ein Spruch bin. Ich bin jetzt auch schon. Au, ich habe mir wehgetan. Mir fehlt ein Lebenspunkt. Oh nein. Wo ist der Medic? Scheiß Medic. Ich glaube, ich habe ein Schult in den depressivischen Tast. Ich glaube, wir haben das in den applaudieren. Ich glaube, dass wir immer wieder wegnehmen. Mir ist das in die Schultz. Sech um es geht, ich bin ein, das in die Hand. Ich habe das in die Hand. Es bin ein, es so zu mir. Nein, das ist nicht so sehr. Also, ich habe das in die Hand. Ich kann dann das in die Hand. aber ich gehe ich bleibe nie hier drinnen das ist kacke er ist Level 4 der soll das Ding schon fast geschenken der andere Support Specialist